Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Life. Ja, bei meinen 20 Abonnenten-Session habt ihr ja schon gesehen, dass ich im Fluss spazieren gehen kann. Daher bekommt man eigentlich auch mit Gebäuden machen. Also ich kann auf Gebäude klettern. Also ihr nehmt diesen Kescher hier, also irgendeinen Kescher, dann schleicht ihr so langsam, es geht einfach hier hoch. Ja, ihr müsst halt gucken, wenn ihr euch kaum fortbewegt, dann müsst ihr halt nochmal einen neuen Punkt suchen. Ja, ich glaube, ich habe es jetzt gerade einen guten Punkt gefunden. Also es braucht halt Training, ne? Es klappt nicht immer beim ersten Mal. So, dann bleib ich jetzt hängen. Hier ist der Ward und der Star Ward. Ja, das Ganze funktioniert leider beim Bahnhof, glaube ich, nicht. Ich bin mir aber doch auch nicht sicher. Ja, Leute. Ich bin hier... Scheiße. Ihr habt es gesehen, ich war da oben. Toll. Ja, okay, kann ich nochmal auflaufen? Ich bin so dumm, ne? Ich laufe da einfach Eiskalb wieder runter. Oh, ist das doof, ey. Ich muss da jetzt hochgehen. Los, geh hoch jetzt, ey. Kann man mal zuhören. Ich habe die beste Stadtflage der Welt, oder? Deutschland. Ey, du. Hilf mir mal. Los. Mach rollbar, Alter. Bilde jetzt hoch. Ja, er will uns nicht helfen. So ein Hilfsbereiter, lieber. Wünsche ich mir noch, ne? Das bleibt doch stimmig. Ich wollte schlagen, ey. Ja, gut. Wir werden uns jetzt nochmal machen, so lang. Ich war ja gerade oben, bloß ich bin so dumm und läuft wieder runter. Ey, läuft jetzt echt einmal in der Runde? Okay, dieser Pinguin ist noch dummer als ich. Ja, eigentlich schon, ne? Alter, jetzt läuft der die ganze Runde nochmal rückwärts. Ich lästere hier über Bürger, also. Geht auch nicht, oder? Mach mal hin, ne, jetzt. Bäm, du Arsch. Bäm. Oh, sorry. Ne. Geh, du Lohr. Warum hast du mich? Ich bin doch kein Stein. Ich hab auch Gefühle. Ja, haha. Matze. Das klingt erst, wenn er furzen müsste, ne? Hör auf jetzt hier rumzustinken! Ja, okay. Das wird so ein bisschen übertrieben. Animal Crossing Tiere furzen. Stellt euch das mal vor. Die sind so bei euch zu Hause und dann furzen sie einfach so rum. Hör jetzt auf damit! Stellt euch das mal vor, wenn die furzen würden. Wenn's ein Nintendo 4DS gäbe. Dann stinkt das alles. So, Leute, es klappt, es klappt, es klappt. Ah, ich bin oben. So, jetzt werde ich mich nicht bewegen. Doch, ein ganz bisschen. Ich muss mich irgendwie umdrehen. Da. Ich hab jetzt irgendwie Schiss. Ja. So ist doch gut. Ja, ihr habt's jetzt gesehen, es hat funktioniert. Ich hoffe gerade, was drauf toll. Bloß, was man jetzt hier soll. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihr habt's gesehen, es hat funktioniert. Wenn's euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Oder ihr in meinen Start wollt, dann schreibt sie in die Kommentare. Mein FC, meinen Schlummer-Anschrift findet ihr in der Videobeschreibung. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.